Meine, Juli, der fehlt auch noch. Ja? Frau Erzschardin, jetzt ist es vorbei. Wir müssen Ihre Klamotten nehmen und alle raus hier. Was ist hier los? Wo bin ich? Frau Erzschardin hat seit mehreren Monaten keine Miete mehr gezahlt. Was? Wissen Sie, was das heißt? Schauen Sie mir mal in die Augen. Hier, wer bei Kuslovski keine Miete zahlt, ja? Der fliegt raus. Diesen Sommer machen sich zwei Freunde auf, ihre geliebte Heimat zu retten. Wer seid ihr? Eine Aufgabe, die sie in gefährliche Situationen bringt. Und an den Rande des Wahnsinns treibt. Doch sie bekommen Hilfe. Von den Nettesten. Den Kleinsten. Haben Sie vielleicht Zugriffsrechte auf die Tür? und den spielensüchtigsten Menschen der Stadt. Los hier raus. Eine Sekunde noch. Ich bin sofort fertig. Komm, komm, los jetzt. Nee, ich kann nicht. Lass mich los, das geht's nicht. Entdecken Sie Kölns geheimste Orte. Kürzeste Abkürzungen und angesagteste Locations. Rumpe und Tulli